Ich persönlich bin seit Dezember zwölf Jahren in der Firma. Und hat sich hier einiges verändert nach zwölf Jahren? Ja, gewaltig natürlich. Dazumal in den kleindötigen 2008 waren wir wahrscheinlich mit 40 Nase in der Logistik. Und heute hat jede Abteilung mehr. Und hier am Standort sind wir wahrscheinlich zwischen 800 und 1000 Leute, je nach Tag. Was war das erfreulichste Highlight, den du in den letzten Wochen oder Monaten gehabt hast? Ja, ich glaube, dass man allgemein immer noch guter Dinge ist, auch bei uns in der Belegschaft. Man ist immer noch freundlich, relativ entspannt, man behandelt sich gut. Ich glaube, das macht einem auch wieder Freude. Was machst du am Feierabend? Ja, jetzt dieses Jahr habe ich, wie so viele andere, auch noch das Töftbeleg gemacht. Und jetzt habe ich immer wieder mal den Töft geschnappt, im Sommer zumindest, und bin gefahren. Und sonst mit Kollegen, aber ein neues Trinken, so etwas. Ich war jetzt mal auf ngày 20 Minuten zusammen! Ich habe ihn mit 10 Minuten. Zeit ist auch hier richtig dry About 20 Minuten, in mich träumen nach wann daneben? Vielen Dank.